Hausnotruf, Essen auf Rädern, Rettungsdienst, Gesundheitsvorträge und vieles mehr. Der DRK-Kreisverband Karlsruhe stellt sich vom 26. Oktober bis zum 3. November auf der Offerta vor. Schauen Sie doch auf der Messe Karlsruhe an Stand Nr. N95 in Halle 3 vorbei und informieren Sie sich über unsere Arbeit. Wir freuen uns auf Sie. Untertitelung des ZDF, 2020